Hallo und herzlich willkommen, du einer neuen Folge, DDD mit den Spacken von der G&D. Ehm, falls ihr euch fragt, warum ich gerade so langsam geredet habe, Atta Boom hat mir den Befehl gegeben und wir spielen heute mit dem Stevie, dem Jan, dem guten Ada, der Shira, dem Spondi, dem Lapo-Jame, dann das Munchkin. Chris Gold und nicht zu vergessen der eine und einzigartige Sascha Reno. Ey, ich weiß nicht, was dein Problem ist, ne? Einzeln. Übrigens, Lapo, du bist langweilig, den Namen hattest du bei der letzten Session schon. Und ich hätte mal gesagt, damit ist die Folge eröffnet, äh, die Runde eröffnet, Trader tötet alles, was ihr findet. Wir spielen auf der Map Mafia 2 und ja, wir begrüßen dich aufs Crawl. Guten Tag, ey, Sascha Reno, Sascha. Ganz blöde Frage, hat man als DT weniger Punkte zur Verfügung? Keine Ahnung, warum? Einer hat geschossen. Ich kann nicht mehr Medikit und Defi kaufen, ich konnte nur noch eins von beiden kaufen. Dann hast du davor schon was Falsches gekauft. Nein, ich hab noch überhaupt nichts gekauft. Habt ihr eigentlich das Bild hier gesehen in dem Haus? Es war ja da, wo du gerade drin warst. Weiß ich nicht, nein. Da ist so ein Bild, da ist so ein Schilddröde drauf, da steht ganz groß drunter Ping. Ey, lass dich mal raus hier. Bucht mal ein paar Namen, ich muss irgendwas schießen. Was ist... Haben wir hier irgendwelche Trader, die sich outen möchten? Ja, ich bin Trader. Aber Scrum, ich wundert, dass du mich normal angesprochen hast. Vorhin hast du einfach so das Baby gesagt, diesmal normal. Baby! Boah, das hätte ich... Das hätte ich echt mal... Baby! Dann hätte ich es zu sagen müssen, so... Hi! Ich bin außerhalb der Map. Oh, jetzt ist das... Wer ist das denn hingekriegt? Da ist eine Tür, ähm... Wenn ihr... Wo der Panzer aufsteht und so... Warte mal, Scrum, drehe ich mal um. Ja. Da siehst du diese Tür. Da, nicht da durchgehen. Ach so, okay. Weil, warte. Da bin ich, ich bin ich und, äh... Ja, gut. Und wir sprechen. Leute, da oben kämpft einer. Labo kämpft! Ey! Hat noch irgendjemand sein Graffiti nicht gesetzt? Irgendeiner? Ich wurde, ich wurde angeschossen. Ich hab nicht geschossen. Oder vielleicht extra? Weil ich dann irgendwie sich verpieseln könnte. So, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Graffitis. Wir sind aber zu zehnt. Wir hatten noch nicht... Ja, da fehlt noch welche. Sponti und Scroll fehlen auf jeden Fall noch. Ich hab kein Graffiti. Doch, du hast ein Standard-Graffiti. Ich will aber nicht mein Standard-Graffiti da hinkritzeln. Das sieht voll scheiße aus. Dann wechselst du das halt aus. Wie geht denn das nochmal? Mit G-Graffiti? Mit G platzierst du es. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Auf den Boden gucken und G drücken. Auf den Boden drücken und G drücken. Hier wird irgendwo geschossen. Hier wird irgendwo geschossen. Chris Gold wurde weggemacht. Entweder in der Bar oder vom Munchkin. Ich weiß es nicht. Ich nicht. Ich super, genau. Sponti, das hab ich gesehen. Wir beim Sprayen... Oh Gott. Hier sterben Leute. Warum sterben hier Leute? Wieso? Was zum Henker... Ich hab doch gesehen, dass du... Das du... Warum hab ich den Verdacht, dass es Jan ist? Irgendjemand hat einen Death Ringer? Ich will mit spielen. Hallo? Irgendjemand hat einen... So, Munchkin war es schonmal nicht. Ähm. Wer ist das da? Das kann ich nicht sehen. Aua, Stevie. Ich dachte du... Mann. Hallo, warum sterben hier alle? Also nur so, ich bin Inno und bin außerhalb der Map und kann mich nicht selber umbringen. Oah. Also wenn ein Traitor kommen sollte, ich müsste ihn lotsen, dass er dann mal ein C4 hier... Oder hier auch reinspringt und mich dann killt. Weil es der letzte dann nur noch wirklich ein Traitor sein sollte. Wer lebt denn noch? Du. Lol, du bist jetzt nicht wirklich eine Runde gefallen, oder? Doch. Atta, du bist leider der Letzte. Wir müssen irgendwas mit dir machen. Wir haben hier alles aufgehört. Ja, komm, ich lass dich gewinnen. Sprich hinterher und hüt mich. Ja, warte, er sprach... Also, Sponzi, du hast das echt gut gemacht. Ich hab dich gesehen, ich killte dich noch und dachte so, was, wie? Geh einfach weg, anstatt logisch zu überlegen. Also, die, die das gerade gesehen haben, durch diese Tür dort, nicht gehen, ihr kommt, ähm, ich bin jetzt einmal um die Map rumgelaufen nebenbei. Wie war die Map von außen? Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Ich bin noch nicht mehr hoch. Ja, Sponzi? Okay, alles klar. Wir sind undercover. Ey, weißt du, wie krass wir gerade die Runde gerult haben, Sponzi? Aber richtig stark. Ja, weil ich nicht mitmachen konnte. Aber gut, ich kann gar nichts machen. Was zum? Seit wann kannst du jemanden am Ende der Runde noch dort doch noch killen? Das hat mich auch gerade ein bisschen gelegt. Ich dachte, das geht offiziell gar nicht. Ich hab immer noch gelebt. Doch, das geht. Gib mir mal deine, gib mir mal deine Knarre, Lapo. Eine Quarre? Quarre. Was ist denn die Quarre? Es ist egal, ob du Trader bist oder nicht. Warte, kann es sein, dass der Dete weniger, äh, Credits hat? Weil das hinten eine hinterfotzige Aktion war gerade, aber sowas gut. Wie gesagt, nachdem ich das Mad Kit gekauft habe, konnte ich nichts mehr kaufen. Wo ist das Grown-O-Rino? Oh, Lord. Oh, Lord. Holy Bay, Dete. Das war klar. Oh, oh. Hast du Angst gekriegt? Also, ich bin, ich bin Freekill. Bist auch irgendwo runtergefallen. Er sah in der Dete, wirf ihm mal seinen Crabblehook runter. Geh weg da jetzt. Also, du wirst da reingefallen. Ernsthaft? Was ist denn los mit euch? Macht doch die Tür auf. Geht nicht auf. Vorsicht, Headcrab-Launcher draußen. Am besten draußen geht keiner mehr, äh, draußen geht keiner mehr raus. Draußen? Lapo schießt auf mich. Lapo? Okay. Lapo hat auf mich geschossen. Lapo schießt immer noch auf mich. Geht's mich überarschen? Da ist doch ein Scheißjahr. Da ist deine Waffe, die du haben wolltest. Nein, 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 nein. Was? Boah. Ich hab's noch gehört. Oh Gott. Aua. Wer schießt da auf mich? Ich mach Headcrabs kaputt, ich schieß nicht auf dich. Traitor, hilf mir. Wer lebt jetzt noch alles? Ich? Ich. Ich lebe außerhalb der Map. Wieso bist du denn du durch die Tür gegangen? Ich wusste nicht, was es die Tür ist. Ich wollte gucken. Jetzt ist nur die Frage, Sponty. Bist du Traitor oder nicht? Nein. Du hast mir Schaden gemacht. Das hab ich doch gemerkt. Jan, Jan. Was? Stevie, dreh dich um. Du musst an den Rand der Tür kommen und mich abknallen. Muss ich? Ich bin aber voll viele. Ich dachte, wir sind schon fast alle. Warum muss ich die Sonne, soll ich dich killen? Weil ich unschuldig bin und ich will hier wegkommen. Ja, dann krieg ich aber wegen dir Minuskammer. Das ist dir klar, ne? Das macht doch nichts. In der Villa liegt ein Lärmungmausch oder sowas. Warte mal, warte mal, ist schon wieder jemand außen? Ich will auch. Ach, Jan. Oh, ihr seid schon so viel Spitzes, ey. So. Wegen euch hab ich jetzt Minuskammer. Freut euch. Attaus, das hat Shira gerade angesagt. Okay. Wenn ich ihn jetzt finde, schieß ich auf ihn. Er wird oben drin sein, denke ich mal. Denken? Heißt nicht wissen. Heißt nicht wissen, tue ich es nicht. Eben drum. Warte mal, ich versuche einen anderen Weg zu gehen. Obwohl, es gibt nicht so viele Wege, dass wir jetzt... Hier ist Atta! Ja? Und wer gewinnt das Duell? Ja, ich hab keine Mämonition mehr. Nur Kruber. Warte, da will ich absnacken. Oh, Leute! Alles safe. What the fuck? Boah! Oh, Leute! Danke, Feuer! Das Haus war voll. Dann bin ich eigentlich die Kunde, die Yala kaufen und werde durch die Tür blockiert. Ihr werdet eigentlich gestorben. Ich dachte, das wäre ein Spiel gewesen, weil ich kann da einfach nicht helfen. Weißt du, ich muss zwei Innos killen und hab jetzt nur noch 828 Karma. Minus 11 Punkte! Danke! Ernsthaft! Was würdest du denn? Du musst dich doch nicht töten. Die Tür ist echt böse. Also, Steve, wie das macht eh keinen Unterschied, du machst eh keinen Schaden. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Was? Was? Das macht eh keinen Schaden. Seid doch... Ah! 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 Nein! Nein, ich bleib weg von der Tür. Ah! 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 also scheiß auf karma ja ja richtig karma ist ja ich komm nicht hier rüber warte mal bleib mal da stehen bonnie wurde gerade gemacht und voll mit melancholisch an ernst was ich jetzt scrollen? ernsthaft? was sollen denn scheiß rdm kills jetzt ey? ne headshots, da wurde mit headshot gekillt da hat jemand den dingetskirchen hier benutzt von einer huge headshot von einer huge headshot was? jawohl, was machen wir eigentlich? es muss doch gleich gewesen sein, der ist der einzige der, der huge headshot hat spongy ALTER das war random das war der hit mit der melone, der ihn unsichtbar gemacht hat das war trotzdem random ja, scrolls up was war jetzt echt? oh mein god er hat mich auf 2 und haben eh runtergepompt ich hab die andere angebracht ich hab gerade 8 guckchen reingeballert und er lebt immer noch wir hatten eigentlich gerade chriscord gemacht ey, das war auch so mega random, dass jemand das fast angeschossen hat in dem raum wo er drin stand ey, so ne huge ist einfach so nützlos das ist echt die schlimmste waffe der welt ja, deswegen mag ich die ja nicht so wir können sie ja mal ändern, dass sie anstatt 1 bis 3 treffer 5 bis 10 macht oder so oder oder vielleicht 1 schluss 50 Rebenpunkte abzieht ja sicher radadadadadadada alle tot ich habe noch keine Waffe Hey, alle tot. Oh, fuck, ich mag was. Achso. Ein DZ ohne Waffe. Ein DZ ohne Waffe. Geh weg, Sascha, geh weg. Ja, ja, warte, ich möchte das Safe runter. Hat aber ein bisschen gehertet. Weil ich gerade die Explosion abgekriegt habe von dem Fass, wo das Loch in der Wand entsteht. Lapp, ich dachte nur kaputt auf Fallschaden. Okay. Hat doch jemand noch eine Strecke-Grauscher benutzt, oder? Eine Brand. Oh oh. Oh oh. Oh, der war, wo? Was? Oh mein Gott. Wow. Ich hätte nur noch 16. Diete! Ja, was? Wenn ich Punkte hätte, gerne. Traitor, Hitzepunkte. Alter, was wird denn hier so krass rumgeballert? Ich bin sicher. Ich hoffe mich nicht. Nein, ne, nein. Ich weiss mal wo ne Waffe ist mal weg, das war kein Wurzun mehr. Er sagt ich brauch Punkte, dann kann ich... Ich schweb ne Waffe durch die Gegend. Was? Noll! Okay. Hör doch auf mit den Discos. Ab und nicht verschwotten. Disco. Nächstes Mal auf die schwebende Waffe. Oh, scroll in the video. Wo sind denn überhaupt eine? Hab einen Abgang gemacht. Was ist denn das da oben? Ach Atta, hast du? Ja 16 HP hat, das ist ja überhaupt okay. Darf ich jetzt da mal raus? Was denn? Nein, darfst du nicht. Im Haus? Im Haus? In der Villa. Tja. So, wie war das mit einem... Da braucht jemand Leben? Nice. Dicke. Da sind noch 16. Komm da hin wo ich dich in die Form habe. Oh! Fuck! Oh, da brauchst du jetzt nicht mehr. Das Magazin, ja. Warum hat die denn noch alle in dem Haus drin? Ich dachte, die wird's abgehauen. Wer hat denn den Friendship Beam dann noch in die Form reingesetzt? Alter! Zieh das immer aus, Mann! Wer war das? Am still. Ja, weil ich war schon tot. Und ich hatte schon durch die Wand gekillt. Ich weiß nicht wie, aber... Das hat mich halt instantly gekillt gehabt. Bevor ich irgendwas machen konnte, war ich schon weg. Besonders ich stand glaube ich in der Mitte vom Raum und es hat so'n... Einschlagsradius gehabt, dass... Ja, wir wissen, du findest die Waffe OP. So! Aber ey, wir haben jetzt die letzte Runde... Jetzt schon? Was? Was ist das denn für ne kurze Runde heute? Warte, zweite Runde. Ich hab mich verlesen. Geht mal, geh mal da vor die Mauer, bitte. Geht mal bitte vor die Mauer. Alles klar. Trotzdem... Ich bin in dieser Runde nicht mal irgendwie ein Traitor geworden bis jetzt. Das ist unfair. Bin ich jetzt? Oh, 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 oh. Auf zu heulen. Ich auch nicht. Alter, ich komm ja nie rein. Immer wenn ich rein will, will jemand raus. Ich schlange fest. Aua! Alter. Alles klar, ich bin so gut wie tot. E-no, E-no, E-no. Danke schön. Wer auch immer das war. Pass, pass. Was war denn? Ich geh aufs Klo und mir wird das zu... 55 Schaden gemacht. Hat Crap Launcher im Haus drin. Vorsicht. Du redest noch, da lebst du doch noch. Ja, ich, Incendary habe direkt zu Rundenbeginn 55 Schaden gemacht. Oh, dies war dann gut, hätte ich mal gesagt. War scheiße, würde ich sagen. Wer ist denn hier, Atta? Aua! Warum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Atta gerade hier den Friendship Beam genutzt hat und dann noch auf mich geschossen hat. Nein! Du hast einen Schuss auf mich abgesetzt. Nein, ich habe auch draufgeschossen. Ah! Spiraziert auch so auf mich. Ich will mich hier gerade nicht wohl. Kann ich. Komm, warum sind hier so viele? Alter, das ist voll die Epilepsie-Folge für meine Leute, ey. Ich bin mir hier über die Erste geworden. Mantel hat eine Granate geworfen gerade. Ich schieße gerade, was für eine war. Ich schieße auf dich, Sascha. Steve war Traitor. Wie die Hasen. Ja. Nie wie vor. Da wirfst du eine Smoke. Ich möchte den Traitor mal verraten, dass er Steve erlebt hat. Ja, cool, nice. Das hat mich gesehen. Chris Gold, wachst du mich gegebenenfalls heilen? Ich habe vergessen erschossen. Scroll. Leider keine Punkte mehr. Pass mal auf den Atta. Schade. Ich glaube, der Atta ist es. Kauf mir mal schnell einen Melon-Lounge und dann töd ich Spondi. Warum ist Lapo hurt? Das ist okay. Hä? Weil ich in die Inti reingelaufen bin. Legt hier irgendwo eine coole Waffe rum. Ah, Atta. Alter, Atta schieß doch nicht auf mich. Ach so gar nicht. Natürlich hat er Atta auf mich gefossen. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass Atta auch den Dingelskirchen hier benutzt hat. Ich glaube auch, dass Atta es ist, aber ich habe noch keinen Beweis. Ne, Beweis habe ich auch nicht. Atta, kauf mir einen Melon-Lounger. Mach ich einen Sniper-Rifle-Schuss des Todes auf Atta, baum, und dann ist er tot. Ada, ich habe dich tot im Visier. Baum. Oh, ne, das ist ja ganz so uncool jetzt. Er ist weg? Ja, Ada ist tot. Ne, Spondi, lass mich. Goal. Ey, Sascha. Jetzt verwechselst du mich schon mit dem Namen. Goal, ernsthaft? Wer wartet? Übrigens, wer hat mich jetzt wirklich gekillt? War es wirklich Atta? Ich habe gerade noch extra auch ein Friendship-Beam gekauft. Wollte ihn eigentlich platzieren, und dann wurde ich gekillt. Ich weiß gar nicht, wer neben mir stand. Ich schieße mit einem Friendship-Beam. Ja, genau. Es sagt keiner was. Also ich weiß nicht, wer das da neben mir war. Er sagt dazu nichts. Ich habe gesagt, ich glaube, du hast ihn gerade benutzt. Du hattest dann gerade die Waffe dann gewechselt. Das habe ich bloß so halt nichts mitbekommen. Aber dann ist ein Schuss in meine Richtung. Aber halt nicht getroffen. Darum war ich mir nicht sicher. Also ich will ja nichts sagen. Aber dann halt's Maul. Nein. Ich will ja nichts sagen. Dann halt's Maul. Alter, aber ich muss weg von Scrollsack. Oh Gott. Ja, ich weiß. Warte mal. Wo bist du denn, mein Freund? Jetzt habe ich lieber von euch. Wo bist du? What? Hör auf die scheiß Diskus zu schmeißen. Dann bin ich endlich mal Traitor und werde vom Traitor-Kollegen gekillt. Danke. Geil. Ja, ernsthaft. Das macht ja richtig Laune. Alter, ich war keine einzige Runde-Trader. Gar nicht. Ich auch nicht. Ich war einfach in Runden und lass mich abschieben. Oh Gott. Ey! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist hier los? Ich seh nichts mehr. What the fuck? Alter. Eine ist tot. Was? Was ist tot? Hier liegt der Dote-Leiche. Ist auch interessant. Dote-Leiche, oder? Ne, immer wieder dieser Spruch. Dote-Leiche. Oh, ich mach so. Oh, Hano ist gerade gestorben am Friendship-Beam. Ernsthaft, GG. Ja. Ja. Nehmt der Dote noch? Jan, bist du noch da? Ja. Sein Traitor-Kollege einfach mal genanzt. Magst du mich heilen? Scrawl hat mich mega-random mit der Sniper-Rifle angeschossen auf Halfter. Ey, ne, ne, so stimmt das nicht. Sascha? Was, was, was? Aua, aua. Ich hab... Loil. Hier, Scrawl schießt. Ja, ich hab auch auf Sascha geschossen. Ja, was? Ich bin kein Traitor. Scrawl hat geschossen zu Bananenstand. Ich will die Bananen verkaufen. Ja, ich hab eben gerade nochmal 50 damage bekommen. Ich hab noch 6 HP. Ich trau mich jetzt gar überhaupt nichts mehr. Gut, ja, das macht doch mit deinen Headshot. Ja, auf mich zu schießen, Sponni, ich bin kein Traitor. Du hast geschossen auf dich. Ja, ich hab auf Sascha geschossen. Ja, warum? Warum nicht? Ja. Hier ist gerade etwas hochgegangen. Hier, glaubst du, du warst doch nicht tot. Ich hab dich voll im Visier. Ja, wow. Super, weil ich doch so viel machen kann jetzt gerade. Ja, jetzt hängt das zu lang. Was? Das war echt rechtzeitig, Sponni. Das war's. Alter Schwede, ey. Super, mit 6 HP kann ich hier noch Freekill, Leute, wer will. Ja, ich will, ich will. Ja, ich will, ich will. Ja, los, mach. Gib mir die Punkte. Oh, das kommt. Zingelingeling. Oh, nein. Pass auf, Sascha ist nachher der Einzige, der überlebt als Traitor. Was? Wow, wie er gelacht hat. Oh, oh, ich hab meine Waffe. Komm, Squall, jetzt mach mich. Mach mich. Kann ich nicht machen, du lebst schon. Warum soll ich's mit dir machen, Sascha? Ja, du willst du doch. Alter. Du alter, ein Schnatterer. Er schießt. Er schießt. Ich bin wieder. Du bist so ein Stück, ich hab's gewusst. Ja, und das war mal wieder eine Folge, viele Themen mit dem betrügerischen Sascha und der G.O.D. Guckt einfach mal auf der anderen rein. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben dann, ein Abo und nicht zu vergessen einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Das war's für heute.